Oh, oh, ein Gitter, das den Lüftungsschacht verdeckt, schön. Oh, Blut an der Wand, geil. Ja, jetzt weiß ich auch, warum die Tür verrammelt war. Und ich wette, hier kommt gleich was. Ich hab gar keine Lust mehr. Ich will, ah, Hello Kitty oder so, oder alter Scheiß, ne. So, jetzt ist die auf. Jetzt ist hier noch so ne, ja, noch so ne Abstellkammer. Alter, ich hab erst zwei gefunden. Und ich brauch sechs oder so. Scheiße mit Reis, ey. Ah, da ist noch eins. Nee, vier hab ich jetzt, stimmt. Im anderen Ding ist Raum mal ja auch noch eins. Ein Tisch, der Tisch ist voller Blut, was hier passiert? Ja, da hatte jemand seine Tage. Noch ne Tür. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Okay, die Mu- Okay. Okay. Okay, ich hab mich wieder. Ich hab mich wieder. Da gehen wir jetzt rein. Die Tür ist fri- Ey. Ohoho. Nein, nein. Die Musik ist so friedlich. Und deswegen... Was ist das? Eine Ein-Füllöffnung. Eine Art von Behälter. Ey, die Einfüllöffnung. Ach Gott. Lesen, ne. Lesen. Anatomie eines Menschen. Der Körper ist über einige Röhren an die Maschine angeschlossen. Was für ihre Experimente haben sie hier durchgeführt. Er wirkt ziemlich tot, aber... Ah, jetzt können wir ihn auch mal genauer sehen. Okay, ein Penis ist das nicht. Das ist eine Nabelschnur. Das ist sehr widerlich. Geil, da hat er so einen Namen. Interessant. Ja, immer noch ein bisschen erkältet. Aceton. Aceton. Hä, 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 hä. Oh. Oh. Was ist das jetzt? Ach, ich hab alle gefunden deswegen, glaub ich, oder? Eins, zwei, sechs. Okay. So, jetzt einfach alles hier... Jetzt was zum Handling ist. Hier steht, Mixtur nicht vollständig. Gewebeprobe nicht eingeführt. Ich glaube, es ist ein Trichter für die Eingabe chemischer Substanzen. Einfach gesagt, ein Weg Zeugs in diese Maschine zu stecken. Ja, ich weiß, was ein Trichter ist. Schön. Da packe ich jetzt alles rein, oder? Hä. Okay. 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 Hier steht alle Präparate voran. Analyse, abgeschlossen, Erfolg. Nein. Es fehlt doch noch... Es fehlt doch noch das. Substanz 65. Was? Wofür hab ich denn... Ich dachte, das brauch ich. Ich dachte, ich mixe mir grad jetzt mein... Gesundheitstrank. Hier ist auch noch was. Ach so, hier rein? Ja. Nein, stirb. Oh nein. Okay. Jetzt halt die Freise. Jetzt muss ich nochmal nachgucken. Ja, beleidigen hilft jetzt auch nicht mehr. Das macht uns jetzt auch nicht mehr zu Freunden. Mann. Alle Chemikalien... Halt die Fresse! Per Voreinstellung für die... Ja, das hab ich gemacht. Es ist essentiell, dass die Chemikalien in folgender Reihenfolge vermischt werden. Ups. Ups. Beachten Sie, dass die untere Tastenleiste aufgrund eines Herstellungsfehler über eine umgekehrte Tastennummerierung verfügt. Die äußere rechte Taste ist die 4. Die Ziffern nehmen nach links ab. Okay. Das heißt, rechts unten ist 4. Und links oben ist 4. Quasi. Weil es ja vertauscht ist. Und es jeweils zur anderen Richtung nimmt es ab. Oh Gott. Achso, nee. Vermischen. Jetzt geht's ums Vermischen. Und jetzt muss ich die Reihenfolge. Das heißt, 1, 2, 3, 4, 5, 6... Hä? Rechts ist 4. Ach, sind ja auch 6. Das ist 4. Das ist 1. Nee, das ist dann... 3, 2... 1, 2, 3... Okay, das sind 6. Das ist 4. Das ist 3. Das ist 2. Da muss das 6 sein. 5, 1... Nein, scheiße. 1, 2, 3 4, 5, 6 Nein 1, 2, 4 5, 3, 8 1, 2, 10 1, 2, 3, 9, 8, 10 1, 2, 3, 4, 4, 5 Ich hab doch auch keine Ahnung Da steht zwar irgendwas dran Aber das ist so verpixelt Ich mein's hier einfach Nee, Moment Also Nochmal Für dumme Nein, du solltest es umblenden Genau Achso Ich schreib mir das mal auf Ach, das war gar nicht die normale Also Chlor Azynton Höhe Jod Brom Stegstoff Und Schwefel So Jetzt, äh Das ist die untere Oh Gott Ich muss mich grad übelst konzentrieren Ihr merkt das Also Erst Chlor Das ist auf der 2 Dann Aceton Das ist auf der 1 Dann Jod Das ist auf der 4 Dann Brom Das ist auf der 6 Dann Stickstoff Ist 5 Und Schwefel 4 Nee Schwefel ist 3 Gut Gut Also Okay, äh Oh Gott 2 1 4 6 5 3 Scheiße Oh, dann ist oben random oder was Oh, ey 2 1 4 4 6 5 3 Oh Leute Ich hab dazu jetzt keinen Nerv Ey, Mann Bitte beachten Sie Ne, da steht nicht mal bitte Beachten Sie Dass die untere Tastenleiste aufgrund eines Herstellungsfehlers über eine umgekehrte Tastenumrigung verfügt Die äußere rechte Tasse Äh, Tasse Die äußere rechte Tasse ist die 4 Die Zimmern Die Zimmern nehmen nach links ab Ja So Das ist 4 wurde mir gesagt Zweite Info Die Ziffern nehmen nach links ab Das heißt, das ist 3 Das ist 2 Das ist 1 Oder was Ja, aber wenn hier unten verkehrt rum ist Dann muss es ja oben richtig rum sein Das heißt, oben ist hier die höchste Zahlung Geht da runter Das heißt 6, 5, 1 Oder was Okay 2 1 4 6 5 3 Fickt euch Ganz herrlich, ey Ich hasse dieses Nein, ich find das Spiel ganz toll Aber Die Rätsel sind echt Einfach nur unnötig Es ist so überflüssig Es ist so unglaublich überflüssig Wie kann man denn Aus einer verpixelten Scheiße ein Rätsel basteln, ey Chemikalen werden automatisch in der oben angegebenen Reihenfolge aufbewahrt Ja, gut Alter Leute, ne Leute, Leute, Leute Im Ernst Na Ich check's nicht Ich check's nicht Ich bin hier grad echt Game over Beachten sie Äh Ja, wahrscheinlich wisst ihr es Und ich hab einfach so den Denkfehler Oder Hab grad so den Tunnelblick auf eine Sache Dass ich das andere gar nicht checke Was ihr grade checkt Hm Geil 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 Geil, 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 geil Ja, ich, äh, ne Toll 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 Ja, ich, äh Bevor, ich wette, ihr langweilt euch schon zu Tode Ich mach hier einen Cut Guck bei YouTube irgendwie bei wem anders nach Und dann bin ich wieder da Bis gleich So Jetzt Kein Scherz Kein Scheiß Kein Scheiß Ich hatte das richtig gedacht Das hier vier Das ist zwei Das ist richtig Das ist eins Das ist drei Und das ist sechs Und fünf Das heißt Vier Fünf Sechs Jetzt steht hier aber Oder ich bin jetzt total dumm Da steht tatsächlich So Die äußerste rechte Taste Ist die vier Ja Jetzt hier Achtung Achtung Die Ziffern Nehmen Nach links ab Die Ziffern Nehmen ab Vier Fünf Sechs Nein Nein Sie nehmen nicht ab Sie nehmen zu Ohne Scheiß Das ist ein absolutes No-Go In einem Spiel Sowas zu verkacken Ein Rätsel zu verkacken Vielleicht habe ich hier eine unglaublich alte Version Und das wurde gepatcht Oder ich check es gerade Absolut nicht Schreibt es in den Kommentaren Also wenn Wenn Ziffern abnehmen Ja Dann werden sie kleiner Ziffern Kleiner Ja Vier Drei Zwei Boah Also Zwei Eins Vier Sechs Fünf Drei Ihr seid zu Begegnet Ohne Scheiß Boah Habe ich gerade Nen Hass Alter Was geht ab Ey Er hat richtig Den Endlich Endlich Habe ich jetzt Klaren Kopf Ja Okay ich mache jetzt mal einen Schnitt Oder Ich gehe noch speichern Wow 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 Was für ein toller Körper Mein Ganz allein mein Nein Er ist da hinten in den Scheiß Oh mein Gott Oh mein Gott Oh mein Gott Oh mein Gott Ich bin hier oben Und er kommt nicht hinterher Kommt er hinterher Fuck Oh mein Gott Nein Nein Das geht nicht Hallo Da steht was vor Okay Ich Alter Der Clarence ist mir ausgebüxt Okay Wie mache ich es Okay Ich habe erstmal Licht ausgemacht Das war glaube ich eine ganz gute Idee Alter 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 Falter Oh Gott Was soll ich tun Okay Ich muss das Teil da wegbewegen Ähm Aber das habe ich eben eigentlich versucht Und das ging dann nicht Ach du Scheiße Ich höre immer hinter mir Ich denke er krabbelt hier rein Okay ich lasse ihn dann nochmal nach rechts gehen Und dann versuche ich das da wegzuräumen Und wenn es nicht geht ja dann habe ich halt Pech gehabt Wow Du kommst hier nicht rein 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 Oh mein Gott Oh mein Gott Oh mein Gott Speichern 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 Und ich bin weg Bis nächstes Mal Freunde Hahaha Ich finde die